mach mal nicht so laut hier hier kommt mal bitte mit und seid ruhig danke der ist noch relativ dicht dran da komme ich eventuell sogar relativ easy peasy habt ihr gerade diese geräusche gemacht oder was war das da ist ein kind ich sehe leider nicht wo es hinguckt es geht aber in meine richtung jetzt hat es abgedreht glaube ich nicht gut aber es ruft niemanden ja jetzt oh mein gott au 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 lass mich mal kurz weg ich habe ein problem au 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 jetzt ernsthaft eine fucking rote Frau rufen, du blödes Mistvieh? Alter Schwede, ich glaub euch hat's. Ei, ei, ei. Meine Fresse. Okay, was ich jetzt eigentlich machen wollte, werde ich... Ich komm da jetzt nicht rüber. Sehr gut. Ich muss jetzt nochmal her, bitte. Ich muss tatsächlich da hoch, damit ich da rüberkomme. Nicht jetzt. Okay, von da komm ich aber auch nicht hin. Okay, das müsste aber gehen. Oh Gott, no. Oh Gott, no. Oh Gott, no. Das wird knapp. Aber das sollte reichen. Jawohl. So, jetzt guck ich mal, dass ich hier irgendwo zwischenlande. Hier da drüben. Wenn ich jetzt nicht unbedingt ganz unten anfangen muss. Danke. Dann wird da oben ja auch gleich nochmal gekämpft. Das heißt, ich würde mal kurz noch was zu trinken einverleiben hier. Ach, das ist kein Nummer. Max plus 0,4. Hier oben sind ja auch noch... Warum bin ich eigentlich gehockt unterwegs? Ach, du heilige Scheiße. Ja, let's go. Hi. Nice to meet you. Wo komm ich hier denn? Nicht so, ja, ich komm da ganz hoch, aber dann häng ich da halt fest, ne? Komm mal da runter. M'lady. Dankeschön. Okay, das ist immer her. Na ja, let's go. Hi, my friend. Danke. Oh, und hier haben alle noch Qualen drauf. Was für ein Telefon hat der eigentlich gerade gepiept? Kein Telefon-Sound gehabt. Zack, so. 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 So, noch was hier oben. Hier oben nicht mehr, ne? Direkt unter mir auch nicht. Hauen wir uns jetzt noch den Fernseher da oben. Wir müssen das Dach haben hier. So, warte mal. Hier war doch eben noch. Irgendwo in diese Richtung waren da auch dem Haus. Ich hätte wahrscheinlich von da oben... Fuck, mein Alp. Von hier komme ich doch dann nie im Leben rüber, oder? Das reicht nie im Leben. Okay, da unten war was? Was hatte ich mir da markiert? Die Statue. Okay, dann hole ich mir jetzt erstmal die Statue. Ach, und hier unten sind sogar noch Geister. Na, let's go. Da ist ein... Ist das ein... Warte mal. Oh, nein. Why, Nunu, why? Oh, wow. Spawn in meiner Presse? What? Okay, Nunu, auf mich. Hier, hier. Hier, hier. Okay, I'm here Okay, I'm here Oh, I shouldn't take her Reicht das? Noch wer? Ich hasse diese Cubes, die sind so nervig So, oh, hier sind nochmal ein paar Rote, danke Da ist ein reines Grünes, das wollte ich mir mal auch machen Zack, das kann definitiv nicht schaden Oh, ein Shop Hallo Ich würde gerne Pfeile kaufen Oh, brauche ich gar nicht, aber egal Täubungstalisman nehme ich definitiv beide wieder mit Und auch den Schwächungstalisman, den ich benutzt habe Zack, und weg damit Und so rein Ihr seid alle anstrengend, ey Da kann ich hoch Das bringt mich aber nicht weiter Gut, okay Ich habe ja jetzt das Ding, dann hole ich mir jetzt wahrscheinlich Als nächstes das Vieh Das Etern-Moment Das war leider oben, ne? Warte mal, dann muss ich ja doch hier hoch Wo war das Vieh? Da Zack, komm mal her Da ist es irgendwo Wo soll ich das aber machen? Warte mal Geh da bitte hoch Danke Welche Und da auch noch Kann ich nicht? Warum nicht? Dank Gott Deswegen eventuell Aua Oh, hier ist überall Aua Ne, da ist kein Aua mehr Das Tanuki hat mich erschreckt Welches Tanuki? Ne, kein Bock Okay So, wie kriege ich dich jetzt Von wo aus kriege ich dich jetzt am besten getriggert Das ist jetzt natürlich die Frage Nach vorne, nach vorne, nach vorne Ach, dumm Leute Ich muss schneller Nein, nicht nach oben Ach man Okay Was war jetzt? Wir haben Datenbank eintragt Einen neuen Ort, die Säufergasse Wenn ich das richtig gesehen habe Ne, ja, Säufergasse Huch, Säufergasse Dieses Gebiet bietet einen starken Kontrast Zwischen modernen Bürogebäuden Und heruntergekommenen alten Kneipen Durch die Vielzahl an Kneipen Wird dieser Ort zu etwas Besonderem Hier ist für jeden was dabei Von traditionellen Lokalen In den Klassiker wie Odin Und Yakitori Serviert werden Bis hin Zu erstklassigen Weinstoffen Okay, warte mal, wo wir jetzt Der Eternen Moment, da Ah, das nervt mich gerade ein bisschen Aber hey, warte mal Vielleicht habe ich ja Glück Von hier aus Ja, von hier aus Kann ich den wenigstens direkt triggern Ja, von hier aus Ich habe dich Danke So, warte mal Die Säufergasse war hier unten, ne Gibt es hier irgendwo Gegner oder sowas Die mich jetzt So, die ich triggern könnte Weil ich mich gerade kein Bock drauf Die nehme ich mit Eher die hier, ne Würde ich jetzt mal vermuten Nein Danke Karte Jetzt Wo ich jetzt hier schon stehe Kann ich auch das Tobi mitnehmen Das ist wo? Da Das Ist kontraproduktiv Zwei direkt nebeneinander Na, ihr wollt mich killen, oder? Also eins kann ich vielleicht Obwohl, ne Warte mal Wenn die so stehen Ist das perfekt Mach hier, ne Schneller Schneller weg Uh, Glück gehabt Ja, das hier ist die Säufergasse Ganz klar Hallo Direkt daneben Nebel Ja, let's go Ach, das ist so ein Mini-Tory Okay Weg damit Weg mit der ganzen Grütze Schlörp Und ne Feuerkette Ich würde sagen, damit müsste man ne Feuerkette Stufe 2 erreicht haben Haben wir jetzt hier großartig viel Ach du Hi Yo, let's go Okay Ist das Wahrzeichen? Ach, die soll vergessen Okay Hier gibt's wieder einen tollen Kleinen Yokai-Freund Ja, dich nehm ich Na, was geht? Wo ist sie hin? Ach, da ist auch noch ne Statue Ist ja cool Ach, da Man sieht sie sogar Da ist ihr Gesicht Hi Na, gucken wir, was wir da vorne haben Oh, was ist das? Äh, Porzellanstatuen, die häufig vor Läden aufgestellt werden Um Glück Ah, ja, okay Das kennen wir ja schon Kriegen wir trotzdem noch einen Datenbankantrag zu? Okay Bin häufig vor Läden Aber da steht nichts weiter drin Okay Da ist sie Und tschüss Das müsste nochmal 6 gewesen sein, ne? Ja, genau, eins fährt noch Gegner, Gegner, Gegner Okay Hätten sind auch nochmal Gegner Achso Toll, okay Irgendwo war doch hier noch ne Statue in der Nähe Wo ist denn die jetzt hin? Da Will ich mir tatsächlich sogar zuerst wollen, denke ich Gegner sind da keine Zumindest nicht direkt bei der Statue Okay, hier komm ich aber nicht zur Statue Bullshit Oh, ne Feuerstatue? Oh, ne Feuerstatue Jawoll, ja Äh, hi, was habt ihr da für ne Party am Laufen? Oh, voll am Kopf vorbei Da fährt der Zweiter innen im Kopf gesessen Was habt ihr hier? Worauf habt ihr hier aufgepasst? Auf nichts? Rein gar nichts? Ihr wollt mich doch verarschen Hallo Ist nichts drin? Okay Ah, das ist ja Das ist ja Das ist ja Das ist ja Witzistos Das ist schon Ah, nevermind Ihr habt doch was aufgepasst Aber die Statue Hab ich schon Nein Moin Okay, gut Ähm Ähm So Geister sammeln wir jetzt hier noch ein, würde ich sagen Okay Wer denn, wo denn, was? Achso, der hier vorne wahrscheinlich gleich, ne? Hi Hi Ich komm mich gar nicht an Du Weichkopf Okay Okay, hier sind erstmal noch ein paar Geister, die hier rumlungern Da oben sitzt ein Polizist 35 Uh Eine Wasserstadt Ne, Wind 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 Geilo Okay, warte mal Wir werden kurz ein Screenshot davon machen Die jetzt hier so viele Dinge hintereinander gefunden haben Ah gut, da macht er wieder einen schönen Whitescreen draus Dankeschön Gibt es hier noch einen Gegner irgendwo, den ich jetzt nicht unbedingt triggern will Deswegen frage ich vorher Was ist das hier? Achso, jetzt haben wir eine Kasse, wo man halt aber gar nicht weiterkommt Hält das wieder Schon alles ein bisschen abgefrackt, ne? In this part of Tokyo Die sitzen oben aus, da muss ich auch noch hin Alles klar, okay, wir machen mal folgendes Da ich da unten auch noch weg haben will Später natürlich Aber sind wir jetzt wieder in Wait, das ist doch Ist das hier nicht Shinjuku? Ja, tatsächlich Äh, Shibuya meine ich Sorry, nicht Shinjuku Shibuya Tatsächlich So, wie komme ich auf dieses Hochhaus? Oh, nee, oder? Nee, oder? Dafür muss ich doch nicht Ah, ich muss doch bestimmt hochführen Ja, komm, vergiss es Got you Turned out your bed Ach da Ah, nicht hinterstellen Gehen sie drauf, Mister Danke Hier war doch aber noch eine Hier ist das da noch ein Kopf irgendwo Ach ja, da oben Hey, Mr. Cop Hi Bist du der Gesetzeshüter? Können Sie bitte nicht versuchen, mich umzubringen? Hallo Und tschüss, Kern Danke Die passen manchmal auf so einen Müll auf Kommt man hier hoch? Wait a second Oh, wait a second Ich muss, glaube ich, doch nicht Ach, ist das mal wieder so weit? Oh, wait, stopp Oh, wait, die kommt in meine Richtung Ist eventuell nicht ganz so das, was ich direkt in meiner Gesicht haben möchte? So ein Riesenvieh haben wir jetzt ja auch schon gesehen Hm, probier's mal immer wieder, ne? Gut, danke Kann sich jetzt nur um Stunden handeln Kann sich jetzt nur um Stunden handeln Ich bin hier In mir Tutschi Buja Bonjour Hallo Ist hier jemand? Nicht Okay Ich kann leben damit Danke Und danke Oh, da ist ja doch jemand Hey Mister, was geht bei Ihnen? Schon mal was von einem Pfeil im Kopf gehört? Oh, oder auch nicht Im Rücken ist auch okay, naja Hauptsache sie sind weg Der Rest ist mir gerade egal Und zuck Dankeschön Da drüben sind noch welche Oh, das war nicht gut Ich glaube nicht, dass ich die Distanz schaffe Jetzt dadurch Jop Aua Dammit Oh, weil ich hängen geblieben bin am Anfang Das ist doch ein Witz So, okay Wir haben hier jetzt eigentlich nicht mehr viel zu holen Das heißt, ich kann theoretisch mich jetzt Da hin schnell reisen Si Senor Ah, das ist ärgerlich Dass ich da jetzt runtergefallen bin Gut, das waren auch noch ein Oder zwei Geister eventuell Das ist jetzt nicht so wild, sage ich mal Hier draußen ist erst mal eine Telefonzelle Die würde ich gerne noch mitnehmen Ich würde sagen, wo den So Zack Nee Aufmachen einfach nur Danke Und Na Ja Benutzen Okay 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 Meine Fresse Was ist denn heute los? Oh, wie sind wir schon? Wir finden es nur noch 90.000 Level up 10 Fähigkeitspunkte Ähm So Jetzt möchte ich gerne Erstmal Was ist das? Da ist eine Sidequest Da ist auch eine Sidequest 1500 Geister Alte Wunden Jetzt möchte ich aber erstmal nach da Das ist wo? Das ist auf der Seite Kann ich hier irgendwo hoch? Ohne, dass ich jetzt laufen muss? Nein Ist ja ärgerlich Das Finde ich ein bisschen schäbisch Aber gut Ein bisschen Moonwalk-Treppen steigen hier Also ich hätte halt rumlaufen können Ja gut Aber in der Zeit wäre ich halt auch hier Ich hätte mich auch hier die Treppe hochgelaufen Warum sollte man überhaupt Genau So Oh Gott Das wird knapp So Und zwar Sind da drüben Geister Da ist aber auch noch ein bisschen Nebel I don't know if I want to be there To be fair Den Flug von da nach Da schaffe ich nicht Aber Okay Ich schaffe auch den anderen nicht Weil er wieder mal nicht Gesprungen ist Ach den Sprung brauche ich auch Doch Muss ich doch schaffen Irgendeinen Sprung muss ich schaffen Warte mal Danke Danke Zack Nehm ich euch noch mit Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen Die Frage ist nur Also von hier aus Komme ich da definitiv nicht hin Vielleicht komme ich von hier aus Ich überschätze glaube ich Meine Flugfähigkeit Gerade ein bisschen Also die Distanz Die ich fliegen kann Reicht das knapp Ja reicht knapp Okay Klapp Na Danke Warum Warum so böse Musik Oh weil unten böse Menschen Also böse Wesen Und da unten ist ein Tarnock Ich sehe es von hier aus Aha Komme ich denn hier irgendwo Nein Warte mal Ich mache erstmal folgendes Ist das Tarnock jetzt auf der Map markiert Wenn ich das einmal gespottet habe Nee ne Oh wait Warte mal Da kann man theoretisch sogar hoch gehen Das ist ja interessant Okay Dann nehme ich hier einfach mal irgendeine Zwischenstufe mit Danke Nein 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 Nicht runterfallen Dann ist es jetzt auch egal Ich eh schon runtergefallen bin Ist das jetzt auch Leute Dann nehme ich erstmal hier unten alles mit Nehme ich das Tarnocki noch mit Äh Tarnocki noch mit Und dann mache ich heute den Cut Ich glaube hier waren doch noch welche Da hängt einer Da ist einer Keine Ahnung Dich brauche ich nur so einmal treffen Und du fällst dich um Ist auch okay Komm her So Die andere hängt da oben Oh wow Und tschüss So wo war das Tarnocki? Du bist Hundi Du nicht sein Tarnocki Wait a second Sag mir jetzt bitte nicht Ich habe den Schwanz des Hundes gesehen Dann raste ich aus Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Spiel Hier komme ich nicht weiter Halt die Korsch Pst Ruhe Wollen wir mich mal kurz konzentrieren So Warte mal Das ist der Hund Den ich hier gehört habe Was ist denn das jetzt für eine Farce? Bin ich so 100% sicher Dass ich hier irgendwo Äh Wait a second Okay warte mal Hä? Ich habe doch von oben Ein Ein Wow Wow Warum So abpassen mit der Lautstärke Ich bin mir zu 99,9% sicher Dass ich irgendwo Einen verdammten Tarnocki-Schwanz gesehen habe Please don't ask me Wo Und es war definitiv kein Hund Der Schwanz ist viel viel schneller unterwegs gewesen Hundeschwänze sind Also Die Hunde in dem Spiel haben Relativ entspannten Schweife-Bereich Ich wedle nicht so krass Mit dem Schweif rum Wo zum Henker war das? Spiel Ich äh Bin gerade etwas Are you trolling me? Ich hätte mir das Markieren sollen Auf der Karte Ich Idiot Das ist Nee Da will ich noch nicht hin Das ist ja auch keine gute Idee Wo ich jetzt gerade bin Glaube ich Okay warte mal Mal machen wir mal folgendes War das nicht? Warte mal Habe ich das Tarnocki nicht auf dem Dingens gesehen? Als ich hier oben war? Bin überfragt Ich weiß es nicht I don't know Okay Dann gehe ich jetzt hier noch hoch Und dann Das Blubbern gefällt mir nicht Hallo? Okay hier ist aber nichts Bin doch nicht blöd Aber anscheinend ja doch Na gut Dann war ich hier jetzt Hatten Cut Wir sehen uns bei der nächsten Folge Wieder bis dahin Hau da rein Ciao ciao Ciao.